Der Perfektkriminal Grundeiss, du hast einen Besucher! 10 Minuten. Ein Besucher? Er ist ein Junge. Er sagte, dass du ihn kennst. Maxwell Grundeiss. Der Perfektkriminal. Der Mann der schliefen Hut. Der Kerl. Endlich, wir treffen. Wer so ein Teufel bist du? Ich brauche keine Keks. Ah, Maxwell, wenn du nur gewusst hättest. Ich habe kein Zeitverschwelling. Ich wollte immer ein Detektiv sein. Ich wollte die Bege folgen, aber nein. Kleine Dienstag ist zu klein. Kleine Dienstag muss bei dem Telefon zu Hause bleiben. Geht fort! Herr Grundeis, ich meine das, dass wir ein Problem haben. Ein Problem, der heißt ein Tisch. Ich höre dir. Gut. Ich habe immer in der Detektiva einen Spion gebracht. Wir würden Emil und die Detektiva einen Denkkettel verpassen. Hast du einen Plan? Mein lieber Hunger, ich habe immer einen Plan. Ach du meine Detektiva, ich habe gelernt, dass ein Neu Dieb letzte Woche drei Hunger gehabt hat. Letzte Woche, Max Grundeis hat wo ein Gefängnis entflogen. Er muss der Dieb sein. Nein. Willen brach Detektiva nochmal. Detektiva, was meint ihr? Bitte, Gustav, entschuldigung Sie. Aber ich habe ein Gedanke. Ahahaha! Ahahaha! Ahahahaha! Bermalierdeinstag. Du bist sehr klein. Tangeern ist. Wie ein Maus. Ich weiß, ich weiß. Ich bin nur ein Kleiner, aber wie ein Maus. Sprich, Klein Maus, sonst ich würde eine Katze finden. Ich habe gehört, dass ein Mann in einem Steifenhut bei dem alten Lagerhaus formt. Kleiner Deinstag, du bist sehr dumm wie ein Maus, wie ein kleiner, kleiner... Warte, Deinstag, hast du gesagt, ein Steifenhut? Bestimmt. Grundeis! Wir müssen zum Lagerhaus gehen. Ich muss meine Hüte finden. Es ist sehr dankbar hier. Ja, ja. Gustav, wie kriegen wir den Grundeis, wann wir ihn finden? Wir umringen ihn, wie die letzte Zeit. Du sollst bei einer Telefon warten. Rieft Deinstag an, wann ich dir hupte. Ich wünsche dir Glück. Herr Grundeis! Wo bist du? Ich weiß das! Du bist hier! Emil! Emil! Dienstag, ist das du? Guten Abend, mein Freund. Dienstag, was machst du hier? Das Lagerhaus ist nicht sicher für einen Maus. Gibt es viele Katzen hier? Oh, du bist sehr komisch, Emil. Dienstag ist zu klein. Dienstag ist ein Maus. Sehr komisch. Aber du wirst bald nicht lachen. Warum so böse, Maus? Hast du kein Käse gegessen heute? Es tut mir leid, Dienstag. Aber ist es ein bisschen komisch. Halt den Mund. Grundeis! Und Dienstag? Mein Gott! Dieser ist eine Falle! Du kannst nicht von uns entfallen. Endlich! Ich würde Rache haben. Wer ist jetzt der Maus? Jetzt kann ich endlich sehen. Du bist kein Maus, Dienstag. Du bist eine Ratte. Halt! Das ist genug. Emil! Weißt du was? Ein Neuralizer ist? Oh, oh. Oh ja. Sag Schuss zu deinem Gedächtnis. Haben Sie letzten Wörter? Ja. Dienstag. Ich sehe deinen Schwanz. Auf Wiedersehen, Emil. Hallo, Herr. Ich heiße Emil Tischbein. Ich komme aus Neustadt. Ich bin ein Musterknabe. Wie heißen Sie? Mein Name ist Max Burendus. Ich habe Chocolat. Wollen Sie eine Stöcke? Meine liebe Junge? Gewiss. Ich habe viele Hunger.